Herzlich Willkommen, ich bin Lektor und ich begrüße euch zu einer weiteren Analyse auf meinem Kanal. Heute zu S-Castro-Enma-Finale-Kajouken. Zu den guten Herren hatte ich letztens schon ein Video gemacht zur 80-fachen-Kajouken damals noch. Die 160-fache steht noch aus. Und da hatte mir jetzt heute erst ein Zuschauer kommentiert, VictorMX9. Da hatte mir gesagt, dass heute tatsächlich die finale-Kajouken rauskommt. Eigentlich hatte ich gar nicht geplant, heute ein Video zu machen, aber dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, okay, das muss auf jeden Fall heute gemacht werden, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange die 160-fache schon her ist, ist schon eine Weile. Aber ich glaube, da wird sich schon wieder eine ganze Menge gemacht haben. Und vom Thumbnail habe ich schon gesehen, dass uns auch ein paar neue Dinge erwarten. Also Attack on Titan kenne ich von S-Castro noch nicht. Da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt. Über den mal muss ich auch gar nicht so viel erzählen, das habe ich alles schon in meinem anderen Video gemacht. Das könnt ihr gerne hier oben auschecken. Bitte entschuldigt übrigens die Qualität hier, das ist nicht das Studio, in dem ich normalerweise aufnehme. Ich meine, selbes Mikrofon, aber ihr hört es ja, der Raum halt, der ist enorm. Das ist aber allerdings nur temporär, so viel sollte gesagt sein. Und jetzt starten wir rein in das Video. Let's go. Geil, dieses Mal mit Lyrics, ich glaube, das war das letzte Mal noch nicht der Fall. Das finde ich cool. Und ich finde es halt cool, weil Anime-Rap ist tatsächlich deutlich Mainstreamiger geworden als früher. Und wenn ich früher Leuten erst Castro gezeigt habe, dann waren die immer so, äh, nee, ist ein bisschen unangenehm. Aber heutzutage feiert es eigentlich jeder. Und ich muss sagen, ich begrüße die Wandlungen aber auch. Ich finde das cool. Wunderschön, krass, das geht direkt mit Naruto weiter. Also ich meine, der hat jetzt schon in 80 und 160 jeweils Naruto mit reingepackt. Und ich weiß auch gar nicht, was er daraus Neues bringen will. Also, dass die Leute kopieren und aus seinen Zellen entstanden sind, finde ich cool. Mit Setsus hat er nicht gebracht, aber jetzt sehe ich gerade schon, da kommt Kakashi rein, da kommt wieder das Kopieren, steht sogar schon da. Ähm, das hat er ja schon mal, hat er ja schon mal gesagt. Aber ich mag den Stimmeinsatz hier sehr gerne. Der ist, der hat mehr, der hat Power, der hat Wumms. Und der hat noch so ein bisschen Biss, mehr Biss als im Teil davor. So wie er, dieses Anime-Rap, wie er reinkommt, ganz am Anfang. Das hatte schon was, das hat schon was Cooles. Gefällt mir auch deutlich besser als noch bei der 80-fachen, ganz am Anfang. Da hat er ja noch so dieses wannabe-coole Gedrückte drin gehabt, was mich so ein bisschen an Prince K1 erinnert hat. Und ich bin froh, dass er jetzt mehr klingt wie jemand, der wirklich 100% gibt, wenn er aufnimmt. Also hat er früher auch gemacht, aber jetzt merkt man schon auch die Kraft und die Anstrengung. Und das finde ich ziemlich cool. Diese Kakashis kopieren weiter meinen Anime-Style. Doch ich hab Copyright, denn mein Rap ist ein Kekke-Gang Kai. Bleib immer noch unerreicht, du kannst es drehen und wenden wie eine Achterbahn. Doch meine Mucke bleibt in deinem Kopf, als wär ich der Yamanaka-Clan. Das ist geil, auch von den Reimen her. Ich glaube, jetzt wollte er gerade wieder mit Triple Time einsteigen. Finde ich aber auch cool, von den Reimen her Achterbahn, was weiß ich, Yamanaka-Clan. Da war auch schon der erste coole Vergleich. Genau, weil die Ino, die ja auch von dem Clan ist, die kann ja mit ihrem Jutsu einfach in Köpfe von anderen Leuten gehen, was ziemlich cool ist. Und das ist schon wieder ein sehr geiler Vergleich. Das finde ich geil. Also, was mir richtig geil gefällt, ist, dass er dieses Mal so einen richtig interessanten Spannungsbogen drin hat. Anders als bei der 160-fachen, da ist er ja direkt mit Deine Augen, Seh mich nicht, eingestiegen. Direkt auf den Drums und hier hast du diesen kleinen Aufbau. Und das ist geil, wenn er dann einsteigt. Vor allem, weil er dann direkt mit einem 32. Flow reingeht, den viele als Triple Time verstehen. Eigentlich ist es Double Time, weil das doppelt so schnell ist wie der 16. Flow, den man vom normalen Rap kennt. Gerade von straighten Leuten wie Cool, Savasch und so weiter kennt man das richtig. Und Double Time, wie man ihn aber bei uns kennt, sind ja mehr Triolen. Triolen, weil Triolen schon schneller sind als normales Tempo, versteht man das als Double Time. Und Triple Time, der dann wieder schneller ist als diese Triolen, weil er 32. geht, ist, obwohl er eigentlich doppelt so schnell ist als das normale Tempo, verstanden als Triple Time, weil er schneller ist als Double Time. Habt ihr das verstanden? Sehr gut, weiter geht's. Ich liebe das. Der Step hier wirklich immer wieder rein, mit so kleinen 32. und dann wieder Passagen. Also zum Beispiel, wenn er hier sagt, Bewege sogar ganze Berge, das war, Einzelne Wege, sogar ganze Berge. Das waren dann neun Silben, die hat er getriple-timed. Das fand ich ziemlich, ziemlich geil. Und dann immer wieder so kleine Rolls. Man nennt das ja auch 32. Rolls, wenn er immer wieder so kleine Passagen triple-timed, kann man sagen. Und das geht dann so nach vorne, das wirkt dann vollkommen energetisch und er hat das auch mittlerweile vollkommen raus. Das klingt richtig clean bei ihm. Und glaub mir, du wirst direkt lebendig begraben, so wie Hidan, nach meinen Liedern. Hast du von mir kein Kratzer am Stirnbarn, Karton Jutsu, dein Blut verdampft. Ich puste Flamm, stipp an Hirnbrand. In der Szene bin ich von Hunden umgeben, wie Inuzuka Kiba. Ich jag euch ungeziefer mit dem Hirodora-Tiger. Sieh ab, ihr seid freest in meinen Augen. Schweigt ein neuer Jutsu, das vertrauten Geist. Es ist ein Riesenscheiß-Haufen. Ein Tauch... Ja, so eins finde ich auch geil. Aber der gibt wirklich richtig 100%. Ich finde das noch geiler als bei der 160-fachen. Der Beat ist ein bisschen gechillter, habe ich das Gefühl. Der geht nicht ganz so nach vorne. Das Drumset ist mega. Aber dann haben wir diese Rhythmus-Gitarre, die da im Hintergrund die ganze Zeit... Hintergrund, sage ich schon. Wir haben diese Rhythmus-Gitarre, die gibt die ganze Zeit Stoff, die macht dieses... Aber das Main-Gitarren-Sample ist dann wiederum relativ laid-back. Also, das wirkt eher so ein bisschen... Es wird eher so ein bisschen melancholisch fast schon. Und das ist interessant. Es wirkt halt... Das finale Kayoken, ne? Das ist der Abschluss einer Reihe. Das fühlt man hier schon so ein bisschen. Kaydara, übermacht wie Tensei Ghan. Komm mit deinem Käferschwarm. Und ich leg dich lahm mit Laserstrahlen. Junge, wie geil der das betont. Das Tensei Ghan hat da richtig cool gesagt. Und dann ist es... Ich leg dich lahm wie ein Laserstrahl. Auch coole dreisilbige Reime direkt hintereinander. Und wie er das halt... Wie er sich so richtig reinsteigert. Das hat so ein bisschen was von Eminem unter anderem. Und ich liebe das. Ich liebe das richtig. Sowas zu machen ist gar nicht so easy, weil du musst auch wirklich powern, damit du so klingst. Weil wenn du nicht beim Aufnehmen auch so an deine Grenzen gehst, dann klingt es so, als ob du es fakest. Und das ist schwierig zu faken. Und das finde ich cool, wie er das rappt. Sie klebt an Papers, so wie Conan. Den fand ich auch cool, weil die hatte dieses Papierjutsu. Und dann sieht es immer so ein bisschen aus, als ob das Papier so an ihr kleben würde, weil die sich halt daran komplett auflösen kann. Und das ist schon... Finde ich auch wieder... Fand ich auch wieder eine ganz gute Top-Bedeutigkeit. Das war auch geil, da war es... Bei Bin Anders, äh... Rapper ohne Pause wie der Killer wie Bin Anders. Rapper ohne Pause wie der Killer wie Bin Anders. Da stoppt er aus irgendeinem Grund so ein kleines bisschen. Wahrscheinlich, weil er da nicht Offbeat sein wollte und unbedingt auf der Snare sein wollte. Wobei ich es cooler gefunden hätte, wenn er das so ein bisschen... Hätte er das, glaube ich, straight durchgerappt, ohne bei diesem Bin Anders diese Pause drin zu haben. Wäre kurz vor der Snare gekommen, so wie sich das angehört hat. Hören wir nochmal. Ja, genau, da wollte er unbedingt, dass es anders auf der Snare kommt. Aber ich hätte das gar nicht so schlimm gefunden, wenn das kurz vor der Snare gekommen wäre. Das ist ja nicht unbedingt Offbeat. Man könnte ja auch einfach sagen, das ist Swing. Bei Swing ist es nämlich so, du hast ein straightes Raster. Es werden zum Beispiel straighte Sechzehntel gespielt. Und je mehr Swing du drauf machst, desto mehr sind diese Noten nicht ganz tight auf dem Raster. Was aber gar nicht so schlimm ist. Denn das wirkt dann einfach lockerer und hier wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Wenn es kurz vor der Snare gekommen wäre, das machen ja viele Rapper, dann geht das in Ordnung. Man merkt ja trotzdem, dass er Routine hat, weil er ja mit jeder anderen verdammten Note tight im Takt ist. Hörst du Matsche mit dem Koto am Matsukami. Rap-O-Mimposal wie der Kille-Beep-Einander. Sag meine mir, ich nehme alle Kacke auseinander. Mach mal kein Palawa, denn ich fackel deine Kacke-Lacken-Bande wie der Mitsukage ab. Und deine Lava-Attacke. Mach mal kein Palawa, denn ich fackel deine Kacke-Lacken-Bande wie der Mitsukage ab. Und, oder irgendwie so. Aber das war wieder, das war, das war sehr tight. Das war sehr tight. Das hat er auch gut auf dem Beat geschrieben. Das, äh, also ich meine gut auf das 32. Raster geschrieben. Und hat darauf geachtet, dass die Abfolge von Vokal und Konsonant relativ sauber ist. Dass da nicht zwei Konsonanten zusammenkommen, die nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel das Wort Strumpf. Das kannst du einfach nicht gut double-timen. Und hier macht das halt wirklich relativ gut. Das war geil, wie er dieses Mandara am Ende nochmal so raus, äh, dieses, wie er noch einen Biss gezeigt hat. Ich finde das einfach geil. Hier war es gerade so, da hat er jetzt doch nochmal ein paar Wörter benutzt, wo ich sagen würde, die waren ein bisschen kritisch, weil die waren richtig schwer auszusprechen. Das hat man auch gehört. Da hat er sich ein kleines bisschen verhaspelt. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen ist es tight. Vielleicht sind es auch nur so Kleinigkeiten, die nur mir auffallen. Aber ich feiere das schon sehr stark. Demon Slayer, das hat er auch noch nie gebracht. Ich meine gut, das ist ja auch erst so richtig in den Hype gekommen, da war die 160-Fache schon längst draußen. Aber das Sample gefällt mir schon mal richtig gut, wie die Gitarre da reinkommt. Deine Augen wie Madara. Seh den Faden der Nichte und erkenne deinen Schwachpunkt. Mein Name Tanjiro Kamado. Ich stieg aus dem Abgrund. Meine Familie ermordet. Ich spür die Wut und ertrag sie. Ausgebildet zum Kämpfer von Sensei Uro Kodaki. Der Beat gefällt mir noch mal ein ganzes Stück mehr. Das liegt aber daran, dass das Gitarrensample jetzt weniger bedrückt klingt, sondern mehr... Ich meine, ich weiß, dass es auch alles Anime-Anspielungen sind, aber hier wirkt es halt einfach mehr... Ähm... Euphorisch könnte man schon sagen. Das hat so ein gewisses... Zelebrieren vom Anime, so einen kleinen Tribut, aber auch hat so ein kleines, episches Feeling. Das ist... Das ist jetzt... Das gefällt mir deutlich besser. Das ist jetzt aber auch cool, weil die Rhythmus-Gitarre halt, ähm... Nicht so oft zu hören ist. Die spielt ja dieses... Und dann ist Pause und dann hört man... Hört man das Drumset und dann kommt es wieder rein. Und der Lied spielt eher durch... Die Gitarre ein Lied hingegen spielt eher durchgängig. Und insgesamt hat es so eine coole Abwechslung. Das ist rhythmisch einfach ein bisschen interessanter und dynamischer. Und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Feeling. Junge, gibt der Power. Das ist wirklich einzigartig. Also feier ich, feier ich richtig, richtig, richtig toll. Aber kille alle zunehmenden Monde einfach so, weil ich Bock hab. Scheiß auf die Zahl, auf deinen Augen, Nino. Ich trenne dir den Kopf ab. Setz den Todesstoß. Meine Aura dunkelrot. Neunte Form. Fehlgefeuer. Lass mein Herz jetzt brennen. So wie Kyojiro. Wenn die Sonne aufgeht, dass er die Dämonen-Monde nur killt, wenn er Bock hat und so weiter. Da waren schon ein paar sehr geile Sachen drin. Boah, das ist geil. Wie das mit dem Schrei reinkommt von Goku. Beim Super Saiyan 3. Hier ist es jetzt wiederum so. Hier hast du wieder diese starke Rhythmus-Gitarre. Also dieses Also das, was ihr die ganze Zeit im Hintergrund hört. Das ist jetzt deutlich dominanter wieder. Und hier ist es so, dass die Lead-Gitarre jetzt eher in den Hintergrund kommt so ein bisschen. Also mir gefällt die Abwechslung auch innerhalb der Part sehr, sehr gut. Das ist wirklich, wirklich gelungen. Und da hat mir auch jetzt der Einstieg sehr gut gefallen. Das geht an die Goku-Fans der 90er Jahre. Das ist halt auch. Das ist wieder Nostalgie. Das ist das richtige Nostalgie-Ding. Und ich finde es richtig cool. Auch gerade übrigens, wie sich die Untertitel und so weiter immer verfärben. Ist mir gerade aufgefallen. Guten Roshi warnte mich vor irren, teuflichen Taten Und wehrte mich an die Mafuba, um den Teufel zu schlagen. Ja, jetzt ist er ein bisschen hinter der Snare. Und ich finde, es kommt auch ziemlich, ziemlich cool. Hätte vorhin, finde ich, eigentlich auch machen können. Aber eigentlich auch nur eine Kleinigkeit. Ich finde, es kommt richtig gut. Um den Teufel zu schlagen Ich kam in einer Kapsel auf die Erde Wurde zum mächtigsten Kämpfer Anime-Rap-Begründer Meine Kaioken wurde zum Denkmal Ich habe den Deutschrap verändert Zähl längst mehr keinen als Gegner Darf ich mich vorstellen als Castro Herkunft Planet Vegeta Vierfacher Super Saiyajin Schwarze Haare Behaarte Brust und eine normale Arme Ich kann so rasch, als ob ich manster fahre Meine Kraft gepaart mit einer Kampfvisage Rette wieder mal die Welt Das sind schwarze Tage, keine Frage Ich hab keine Gnade Weil um meine Energie auf deine Maske radet Wurde geboren zu kämpfen Denn ich hab die Gabe Das ist geil, weil den Reim, den er hier benutzt Der eignet sich halt auch perfekt Wieder zum Triple Time Weil der in sich schon Wieder einen kleinen 32. Roll drin hat Zum Beispiel Hab die Gabe An sich ein 4-silbiger Reim Aber das D und Gar zum Beispiel Das ist dann gerollt Hab die Gabe Dabbedabe Merkt ihr das? Das ist Dibber da drin Hab die Gabe Dabbedabe Das ist genau dieser Roll, den er drin hat Und das ist halt geil Weil sich das perfekt in den 32. Flow ergänzt Den er ja drumherum baut Und das ist ziemlich cool Vor allem, weil er den Reim noch so oft bringt Es wirkt einfach mega geil und routiniert Und ich hab Es ist einfach ein mega gutes Feeling Ich hab keine Gnade, weil meine Energie auf deine Maske rade Wurde geborst und kämpfen Denn ich hab die Gabe Halperdaten wie ein ganzer Waffenladen Sollt schatraten Sie haben nie wieder gerade Nasen Habe die Hand geladen Wie der Handgranate Kam ja mehr auf Was der Killebrat Nach Jahren höhen Spirale Hier komm mein Finale Ich bin back im Kampf Und Titterlaste Narben Denn ich hab ja viel zu lange gewartet Aber fliege wieder mal über die Welt Keine Landephase Rap-Doppel-Time-Off Nach mich ja nicht So, so krank, als ob ich Heroballer Rechte Gala, Doktor Gero Waller Ich hab dein Leben in der Hand Wie ich sehne Summer Nenn mich shit Ich halt die Zeit an Besiege die Genio Force im Alleingang Besiege die... Da kam es richtig dran Dieses Besiege die Genio Force im Alleingang Das geht schon so richtig gut von der Zunge Und das merkst du auch Aber ich find generell Hier wirkt er bisher am stärksten von allen Parts Also das gefällt mir mit am besten Komm in Blau Ja, bin ein Monster Glaub mal, guck Feinde, Knie vor meiner Gottesaura Ja, scharf mit jedem meiner Schloss Ein Chroma Gegen mich bring dir auch hunderte nichts Steige den Wut in mein Blick Bin umgeben von Licht Ah, Ultra Instinct Bleib in Fahrt Mein Wille Eisenhart Und ihr Weiß ins Gras Undercover übermacht Ich hab mich so gefragt Was er zum Ultra Instinct und so weiter sagt Und rappt Und ich find Es enttäuscht halt auch einfach nicht Im Grunde Oft ist es bei Castro auch einfach nur geil Dass er die Dinge erwähnt Ohne dass er einen Vergleich daraus macht Dann ist es natürlich auch geil Wenn er das dann noch dazu packt Wie zum Beispiel Dass er sagt Dass er die Nummer 1 Und alles wieder Daishinkan Oder so weiter Das sind einfach coole Kleinigkeiten Ich finde vor allen Dingen Dass es hier Richtig, richtig geil wirkt Wie das alles zusammenpasst Das wirkt Man merkt auch einfach Wie unglaublich erfahren der ist Der ist nicht ohne Witz Der ist nicht ohne Grund Der Urvater des Anime-Raps Das hab ich ja selbst schon In meinem Video gesagt Das stellt ihr hier wunderbar unter Beweis Ich find's Hammer Die Szene war so unangenehm mit anzusehen Hat mich so richtig, richtig An das Spiel von Stephen King erinnert Die Szene War Wahnsinn Ich hoffe Ich hoffe, dass er nicht so viel spoilert Hier beim Attack on Titan Part Weil die Final Season Endet ja erst dieses Jahr Und ich freu mich richtig da drauf Und ich find's auch geil Wie Wie das Wie das Gitarren-Sample Auf das Intro zurück Wie dieses Vom ersten Intro von Attack on Titan Ist auch cool Vor allem So individuell War der Beat gefühlt noch nie Du hast hier diesen Brass-Sound Der auf die 1 kommt Manchmal Ich glaube es ist die 1 Ja doch Relativ safe Und Ansonsten Ein High-Hat-Rhythmus Den man auch vom Trap kennt Diese Richtig, richtig viel Abwechslung Er spielt hier sehr viel mit Ruhe Und Atmosphäre und Wirkung Was oft dazu führt Dass vor allem seine Stimme Im Vordergrund ist Mehr als bei den anderen Sachen Das ist Das ist geil Ich find Der Track hat deutlich mehr Dynamik Als seine Vorgänge Vor allem Ich find den Flow interessant Weil er geht immer Bis zur nächsten 1 Normalerweise ist es ja so Du startest auf der 1 Der normale Beat Im Viervierteltakt Hat 4 C-Zeiten Du startest auf der 1 Und rappst Bis zur 4 Da liegt die letzte Snare Auf die willst du reimen Dann machst du da eine kleine Pause Und dann startest du wieder auf der 1 Und setzt dann deinen Reim Auf das Wort Was du davor Auf die andere Snare gebracht hast Und hast dann quasi Deine Line gerappt Das ist der Standardflow Und gute Rapper Die wissen natürlich Dass man mit C-Zeiten spielen kann Und hier ist es so bei S. Castro Der rappt hier im Schnitt durch Dass er hier nicht Pause macht Sondern seinen betonten Reim Dann auf die nächste einsetzt Also wo der nächste Reim sitzt Und dadurch ein überzogenes Raster hat Aber es funktioniert halt auch Das passt auch zu dem sehr speziellen Beat Und hat was sehr interessantes Und diese Trionpassage war auch geil Dieses Das ist das Was ich vorhin gesagt habe Was die Leute schon als Double Time verstehen Weil es etwas schneller ist Starte die Ära Der Auserwählte Wie Aaron Jäger Und so war das auch cool Das ist auch wieder geil Wie er die Triolen da durchzieht Jetzt rappt das relativ klein Und ihr wart der Anfang Ich schreibe das Ende Breche die Mauern so wie Rainer Braun Panzer Titan aus Die Victor gehst drauf Du rennst nach innen Ich rennte nach draußen Ich schärfe die Klinge Muss weiter dringlauben Ich mag Ich mag diesen Triolenflow Weil da macht das wirklich so Da stoppt er auf der Snare Zieht dann wieder die Triolen durch Stoppt auf der Snare Und dann bei den nächsten Zeilen Stoppt er nicht Und zieht durch bis zum Ende Das ist so ein Standard Triolenflow Den ich persönlich sehr sehr geil finde Kiefertitan Viele haben Angst Ich find's cool Wer den Reim noch in die nächste Zeile Mit reingenommen hat Cool Der Querverweis auf Levi Den fand ich auch noch geil Ich find's generell Es wäre in einer Reaction Alle Querverweise Anspielungen und Vergleiche Zu getten Deswegen macht's auch immer So ein Track noch 10, 20, 30 mal zu hören Um auch wirklich alles zu peilen Dafür ist Musik ja auch eigentlich da Und so sollte die eigentlich Auch behandelt und geschätzt werden Da freu ich mich auch Dann schon richtig drauf Das ist schon wieder So ein perfektes Ding Fürs Gym eigentlich Auch ungewohnt Auch ungewohnt Du hast hier dieses asiatische Zupfinstrument Wo mir grad der Name fehlt Ich glaub ne Bratsche war's nicht Dieses So wie du spielt Gerade mit den Mit den Achteln im Hintergrund Ne oder waren's Sechzehntel Auf jeden Fall Das find ich geil Und die Akkorde hier Klingen auch dieses Mal anders Wird relativ hoch gespielt Also du hast dieses Mal Keine tiefe Rhythmus Gitarre Die spielt relativ hohe Akkorde Wie gesagt Das ist mit der abwechslungsreichste Kaioken Track Den das Castro je gemacht hat Das ist ne geile Line Das ist geil Weil die Sunny ist ja wirklich Aus nem Holz gemacht Ich weiß nicht was Frankie da benutzt hat Ich glaub das war das Holz Aus irgendeinem gewissen Baum Da weiß ich auch nicht mehr so genau Aber aber Ist ne coole Line Die Show geht los Ich hol den Thron Denn sie sind wohl wie Brot Deutsche Rappers Sind nur Steroidopfer Wie Hody Jones Das war geil Nenn mich Shogun Oden Kozuki Nenn mich Shogun Oden Das ist auch geil Wie er den Reim damit vorgenommen hat Und auf den Namen von Oden gereimt hat Das war cool Tag meine Gefährten Stolz auf meinen Rücken Bis zu meinem Tod Lauf hoch Stelle mich ähneln Mit der Faust aus Gold Im Himmelskampf Lass mit der Willenskraft Selbst deinen Gott vom Himmel fallen Und steck ihn in ein Sarkophag Glaub mir bald hört jeder auf der Erde Meinen Sound Wie die goldene Glocke in Shandora Weil ich die Sprache mir fühl Das war auch geil Das war ein richtiger Hype-Moment im Anime Mit der goldene Glocke Weil die konnte ja wirklich jeder hören Als sie geläutet wurde Und dass er das mit seinem Sound vergleicht Ist natürlich auch nice Und dass er mich nicht den oberen Fügt Führt mich mein Weg an mein Ziel So wie das Rope und Eglüh Ihr lebt in Schande Für Money Beschmutzt die Fahne Der Piraten Und verkauft euren Arsch Wie ne Kortisane Nichts als Schauspiel Ihr Kanjurus Linkt eure Brüder Auch wenn's nicht Schaufili Habt tausende Gesichter Wie Hydras Und die Herrscher Setzen Grenzen Oh, das war so Gänsehaut Generell, der Skypie-Ark Ist ja ein bisschen unterschätzt, finde ich Aber der Arc mit, äh, Noland Und den, äh, den Shandian Mit, äh, Kargara Den fand ich, äh, war das Kargara? Hieß der so? Ist schon ne Weile her Der mit den roten langen Haaren auf jeden Fall Das war Wahnsinn Also da hab ich, da hab ich als Kind auch geheult Muss ich sagen Das war, boah Das war wirklich Wahnsinn Ich krieg da immer noch Gänsehaut von Wenn ich darüber nachdenke Ähm Aber generell fokussiert er sich ja zu 80% Eigentlich fast nur auf den Wano-Arken Das find ich gut Find ich gut Weil er hat ja schon sehr vieles verpackt Mit, ähm, mit seinen vorherigen Tracks Ich muss aber echt sagen Aktuell tendiere ich wirklich Wenn ich das höre dazu Dass das der beste Kajuk-Track ist Den er bisher gemacht hat Also Rein von der Attitüde Vom Flow Wie er sich gesteigert hat nochmal Der hat auch da auf der 160-fachen Hat er, glaub ich Ticken besser gedoubletimed Obwohl Der Anfangs-Naruto-Partier Der ist auch genauso gold eigentlich Ich bin mir grad echt Nicht so ganz sicher Ähm Aber der ist so viel Abwechslungsreicher auch Der Track Die Beats Gehen nochmal ein bisschen mehr auseinander Die Mische ist besser Als sie jemals vorher war Auch wenn ich finde Dass die manchmal Ticken zu höhenlastig ist Bei seiner Stimme Aber auch nur manchmal Generell ist die wirklich voll Die ist weit vorne Die ist gut gesättigt Die hat Wärme Die ist einfach Und alles dreht sich gefühlt Beim Beat auch um die rum Also das Da merkst du auch Dass der Prozess Vom Beatmaking Wieder mal perfekt Mit dem Recording Und dem Texten Einhergegangen ist Der hat wahrscheinlich Auch da so sein Umfeld Und das merkst du einfach Also Als fertiges Produkt Und von seiner Leistung Vor allem von seiner Leistung Ist das eigentlich Ist das eigentlich das Beste Genau dasselbe Sechzehntel Flow Wie vorhin Und ich finde Hier kommt er sogar Noch geiler Marco und der Phönix Er macht es schon wieder Genau wie beim 80-fach Die ist Marco und der Phönix Wo dieser kleine Kleine 32. Roll mit drin war Ich finde es irgendwie cool Dass er so Kleinigkeiten Wiederbringt Oh das war eigentlich auch geil Gedouppletime rappt Das fand ich richtig tight Gerade In Wano mit der Flamme In der Hand So wie Sabo Das war auch cool Da kam gerade noch So ein Chor hinten dran Habt ihr es gehört Es hat wirklich Nochmal eine richtige Finalstimmung Gerade Jetzt Das merken wir vielleicht So nur mit Kopfhörern Aber vielleicht ist euch Da auch aufgefallen Dass da so eine So eine Ich weiß nicht Ob man es Epicness nennen kann Aber das ist so ein kleines Gänsehautfeeling Ist gerade nochmal dazu gekommen Ich teile und herrsche Wie Buggy der Clown Schlitzgeil du die Haut Denn ich wurde als Ich teile und herrsche Wie Buggy der Clown Das ist auch geil Weil er teilt sich ja Er trennt sich ab Und er herrscht aktuell Darf ja auch nicht so viel spoilern Aber der hat gerade schon Eine große Position Und Man sagt ja auch Teilen und herrschen Das ist ja so ein Ding Deswegen ist es auch Richtig richtig Geil Kämpfer der Freiheit Joyboy Das ist ja auch nochmal Das absolute Symbol In One Piece aktuell Ich bin so froh Dass er damit abschließt Generell Ich war eh so gespannt Was er zu den ganzen Dingen Sagen würde Vor allem bei Dragon Ball Super fand ich es mega spannend Attack on Titan Hat er nie was dazu gesagt Genau wie Demon Slayer Das fand ich auch mega spannend Und bei One Piece Jetzt gerade was der Manga abgeht Was ja wirklich absolut fantastisch ist Da war es auch nochmal geil zu hören Was er dazu Was er dazu rappt Und was ihm dazu einfällt Ähm Vor allem weil Ich hab ihn ja schon sehr früh gehört Und bin Mit ihm ein bisschen aufgewachsen Und mitgewachsen Auch als Rapper selber Deswegen ist es richtig Richtig interessant Zu wissen Also man Man lernt ja über die Jahre mehr Immer diese Raster zu erkennen Und zu lesen Die Reime Und die Wortspiele rauszuhören Und selber zu schreiben Und Testet ja auch immer Seine eigenen kreativen Grenzen Mit dem von anderen Leuten Und ich find's wirklich cool Weil du merkst einfach Dass As Castro sich auch immer noch steigert Und die einzigen Schwächen In diesem kompletten Track Würde ich sagen Waren diese Manchen Double-Time-Stellen Wo ich sagen würde Hättest du lieber andere Worte benutzt Und auch nur Nur wirklich bei einigen wenigen Stellen Dann wäre das Ganze noch Ein Tick sauberer gekommen Aber Ansonsten Ich hab noch nie so einen Stimmeinsatz Von As Castro gehört Und das ist wirklich Der ist Wahnsinn Wie der sich da reinhängt Wie gesagt Alles andere Hab ich auch glaube ich Und dazu gesagt Es ist ein absolut gelungener Abschied Fand ich richtig fett Und Finde ich im Endeffekt Schade dass es vorbei ist Aber es ist wirklich Der Hammer Und das ist ja auch ein Teil von der EP Wenn wir uns die vielleicht auch mal geben sollen Dann schreibt das gerne in die Kommentare Das war es erstmal von meiner Seite Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Ciao Ich komme wieder weg in meine City Mit der Millie Packer Tackern Gepäck Tackle die Fans Bange sie weg mit Rap Retter wie Eminem Bin so wie Tom Brady Denn ich tackle die Fans Und dann sind sie von dem Rap überzeugt Ja deine Fans Die bekennen sich neu Haben erkannt Dass das Stuff von ihr Wack ist Die ändern sich Werden mir treu 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 Werden mir treu